Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Das ist cool gecodet, das muss man sagen. Dass der Tatsache so den Fuß auf Seite stellt, wenn er da steht. Ich guck gerade auf meine Schokolade, die ich hier neben mir liegen hab, die gerade vor sich hinschmilzt. Hier drinnen sind es 35 Grad, 35 Grad, gefühlte 35 Trillionen Grad. Ja, mir ist warm. Manche Leute wird das richtig nerven. Ich bin wieder so ein Sack, ich bin momentan so sackarschig, ich weiß auch nicht warum. Ich mach's jetzt wieder aus. Aber es ist halt so ne coole, dass es so, dass es animiert ist, es ist cool. Wenn wir nichts, es gibt doch nie, Ling. Das kann dieser Bus auch. So. Hallo. Jetzt, äh. Hat ein bisschen länger gedauert hier. Schrappinging. Ich halte eh mittlerweile überall, deswegen. Hey, hört auf zum Bibbeln, ihr Wichser. Schluchten-Scheißer. So, jetzt haben auch gerade mal wieder die Österreicher beleidigt. Oh, Mann. Ähm. Komm schon, Ampel. Rampula. Hey, 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 Ampula, Ampula. Hey. Jungs. Rampula. Hey, hey, Rampula. Alter. Alter, was hat der für eine schule Hupe? Mäh. Das höre ich, wenn ein Lehrer vor mir spricht. Mehr höre ich nicht. Peanuts kennt einer, das ist die Serie. Peanuts. Ja. Alter, was zieht der mir denn weg? Oh, Wächser. Oh, Wächser. Kurzstrecken, Ort, Kurzstreckengrenze. Umsteigen zur Linie 98a. Tling, tling. Okay. Kette, 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 kette. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Das Kollege. Guten Tag. Hugh St. Bolt mein Name. Schnellster Busfahrer der Welt. Ich glaube, ich habe irgendwas mitgenommen. So. Ich werde jetzt immer mal alles zumachen hier. Alter, was macht ihr da? Oh Gott, ist das ein schlechter Verkehrsflow. Uah. Entschuldigung. Ähm. Ah. Ach, guck mal. 23a. Willst du mich verarschen? Alter, ich habe einen Fahrplan. Verpisst euch doch mal, Alter. Alter. Alle halten hier den Verkehr auf. Ist ja grausam. Hinter mir schon der Kollege ist, ey. Okay. Dann fahren die aber einen geilen Takt hier. Muss man ja lassen. Wenn die im 5-Minuten-Takt hier durch die Linie durchkrachen. So. Schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell. Takt. Meine Fresse. Oh, da wollte jetzt nicht noch einer aussteigen. Nö, nö. Wenn, dann hat er Pech gehabt. Pech gehabt. Pech gehabt. Pech, 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 Pech gehabt. Oh, okay. Muss er halt mal ein paar hundert Meter laufen. Oh Mann, Leute. Ich muss vorwärts kommen. Meine Fresse. Ist ja schlimm. Will jetzt einer raus oder nicht, wenn man das Ding-Ding hört? Oder heißt das einfach nur, dass die Tür... Ich glaube, das heißt einfach nur, dass die Tür zu ist. Kette, 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 Kette. Okay. Okay, okay, okay. Alles ist unter Kontrolle und es geht wieder flott vorwärts. Oh Gott, ich sehe die Idioten schon. Oh, ich muss da auch lang. Bitte lasst mich durch. Schön in die Kurve reinbremsen. So fährt mein Auto, liebe Kinder, nicht. Und tschüss. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, meinen Fahrplan wieder aufzuholen. Brinsgasse. Brinsgasse. Will einer raus, ne? Oh Mann, komm schon. Komm, mach Puh. Ach so, die erste Tür ist offen. Ups. Wertvolle Sekunden, meine Damen und Herren. Es ist nervvoll, dass man den Blinker immer wieder selbst ausmachen muss. Das finde ich voll schlimm. Okay. Okay. Din, 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 din. Boah, ich habe den Tatsache nicht getroffen. Punch it, chui. Oh Mann. Komm schon. So, während der Fahrt die Türen aufmachen. Da können die so reinspringen. Geht doch. Hallo. Ist er ja eigentlich irgendwie dumm. Spast. Zieht ja noch rein, ey. Arschgeige. Oh, ich bin ja jetzt gerade fast gerade ausgefahren. So. Ah, wieder vier Minuten. Ich war gerade mal drunter. Und hier will auch noch einer rein. Mach auf. Oh Mann. Langsam habe ich den Flow drin. An den Bus muss man sich ein bisschen gewöhnen. Das ist ein bisschen was komisch. Boah, Leute, hier drin ist es so warm. Ich kann mich nicht konzentrieren, ne? Keine Chance. Ist eigentlich... Nee. Okay. Ah, 51 Bilder. Die Sekunden... 30. Muss ich dafür um sie irgendwie neu starten, dass er über 30 geht, oder? Okay, das war es schon wieder. Okay, das war es schon wieder. Das ist ja mal eine kurze Linie. Ist ja wirklich nicht weit. Ähm. Dafür soll man so viel Geld ausgeben, für das bisschen? Hm. Hups. Hm. So wenig Haltestellen nur. hat ja toll funktioniert mit dem Ziel umschalten. Und es ist toll, wie das Lenkrad immer schön genau da ist, wo man es braucht. Nicht braucht. Kreigasse. Umsteigen zur Linie 24a in Richtung Invalidensiedlung. Willst du mich verarschen? Kageraner Platz. Ha. Hör doch auf, ne 21 zu schreiben. So. Einsteigen, ihr Bratzen, oder ich fahr. Gut, ich fahr. Und jetzt wollen die rein. Ne. Bis nach da komm ich nicht. Das können wir mal. Können wir mich mal. Da können wir mich mal. Am Arsch lecken. Also ganz ehrlich. Bis nach da dann nochmal zurücksetzen, damit die feinen Herren einsteigen können. Da können sie mich auch mal erschrecken. Aber egal. Scheiß Motorradfahrer. Ich bin aggressiv. Obwohl wir können es auch so machen. Ich habe noch die andere Linie. Die 24a, die habe ich auch noch. Die 24a, die habe ich auch noch.